292 Euro pro Kind extra bekommen, das müssen 2024 alle Eltern unbedingt wissen. Denn es gibt ein großes Update seit dem letzten Video aus Dezember 2023 zu diesem Thema. Danach wurden nämlich gleich zwei entscheidende Verbesserungen beschlossen, die mittlerweile gelten und dazu führen, dass es mehr Geld gibt auf der einen Seite und viel mehr Eltern und Familien einen Anspruch auf dieses zusätzliche Geld haben. Welche Änderungen genau das sind und ob du dadurch jetzt eventuell auch einen Anspruch hast, das erfährst du kurz und kompakt in diesem Video. Herzlich Willkommen auf unserem Kanal, mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd und heute gebe ich dir ein wichtiges Update zu unserem letzten Video aus Dezember. Wenn du also das alte Video schon kennst, dann bleibe dennoch unbedingt bis zum Schluss dran, denn es hat sich einiges verbessert. Und genau zu solchen aktuellen Nachrichten, aber auch zu Finanzthemen und Steuertipps halten wir euch hier bei Finanznerd natürlich auf dem Laufenden. Also abonniere gern jetzt unseren Kanal für regelmäßig neue Tipps, wir freuen uns auf dich. Auch wenn die Inflation offiziell vielleicht wieder etwas runtergegangen ist in den letzten Monaten, kämpfen aktuell dennoch viele Menschen damit, ihre finanziellen Bedürfnisse zu erfüllen und am Monatsende vielleicht sogar noch etwas übrig zu haben. Angesichts der Tatsache, dass es schwierig ist, das Einkommen einfach so zu erhöhen und gleichzeitig die Kosten des Alltags aber stetig steigen, ist es ratsam, alle verfügbaren finanziellen Unterstützung zu nutzen für sich. Eine dieser Möglichkeiten, die bisher aber kaum bekannt ist merkwürdigerweise und zu wenig genutzt wird, ist der sogenannte Kinderzuschlag 2024, der Familien neben dem Kindergeld einen zusätzlichen Betrag von bis zu 292 Euro pro Kind pro Monat ermöglichen kann. Natürlich gibt es bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, aber das tun eben mehr Familien, als man vielleicht denken würde. Insbesondere, weil sich jetzt im Jahr 2024 auch die Einkommensgrenzen für diese Förderung deutlich erhöht haben. Dazu gleich mehr. Vorher aber mal die Grundvoraussetzungen für den Erhalt des Kinderzuschlags. Erstens, das Kind ist unter 25 Jahre alt. Zweitens, es besteht ein Anspruch auf Kindergeld. Drittens, das Kind ist nicht verheiratet und wohnt noch bei den Eltern. Viertens, das Bruttoeinkommen der Familie beträgt bei Paaren mindestens 900 und bei Alleinerziehenden 600 Euro. Und fünftens, man liegt unter den bereits angesprochenen Einkommensgrenzen. Welches Einkommen wird dabei berücksichtigt? In erster Linie zählt das Brutto-Familieneinkommen aus nicht-selbstständiger und selbstständiger Tätigkeit. Aber auch Kurzarbeitergeld, Mutterschafts- und Elterngeld, Arbeitslosengeld I und BAföG. Wichtig, Familien, die ausschließlich von Bürgergeld leben, können den Kinderzuschlag nicht bekommen. Wie hoch sind die Leistung und Einkommensgrenzen? Der Anspruch und die Höhe des Kinderzuschlags richten sich nach der Höhe der berücksichtigten Einkünfte, aber auch nach den Wohnkosten, egal ob Miete oder eine Rate zum Beispiel, wenn man eigenes Immobilieneigentum hat, in dem man wohnt. Außerdem nach dem Alter des Kindes oder der Kinder und der Größe der Familie im Haushalt. Und bei Alleinerziehenden zusätzlich auch noch nach dem möglichen Kindesunterhalt. Sowohl die Leistungen, welche bei bis zu 292 Euro extra pro Kind liegen können, als auch das maximal erlaubte Einkommen sind also sehr individuell. Aber die Bundesagentur für Arbeit nennt ganz konkret folgende Beispiele, die wir uns gleich anschauen. Aber vorher noch ein kurzer Tipp, wie man bei den monatlichen Handykosten einfach Geld sparen kann. Nämlich mit Frank, der Mobilfunk-App. Und das im besten D-Netz und jetzt inklusive 5G. Im Tarif hast du eine All-Net-Telefon- und SMS-Flat für 10 Euro monatlich mit 10 Gigabyte oder 15 Euro monatlich für 20 Gigabyte. Und dabei bleibst du völlig flexibel, denn es gibt keine Vertragslaufzeit und du kannst sogar monatlich kündigen. Und Frank hat gerade eine super coole Aktion am Laufen, denn mit dem Code NERD4 bekommst du dauerhaft 4 Gigabyte extra Datenvolumen bei Abschluss bis zum 30.06. Und dieser funktioniert denkbar einfach. Du lädst dir die App runter, registrierst dich und erhältst so in kurzer Zeit deine eSIM direkt freigeschaltet, die du dann nur noch in deinem Handy aktivieren musst. Also kein lästiges Warten und Kartentauschen mehr und es gibt auch keine Bereitstellungsgebühren. Ideal also auch als Zweitnummer, so nutze ich Frank nämlich. Teste es am besten selbst über den Link in der Videobeschreibung oder im App oder Playstore und nutze wie erwähnt auch meinen Code NERD4 für dauerhaft noch mehr Datenvolumen. Und noch mehr darf man, wie erwähnt, jetzt auch beim Kinderzuschlag verdienen, wie folgende offizielle Beispiele zeigen. Beginnen wir mit einem Elternpaar, bei dem beide Eltern arbeiten gehen, das zum Beispiel zwei Kinder im Alter von 6 und 8 Jahren hat und Wohnkosten in Höhe von warm 990 Euro monatlich bezahlt. Dann liegt die Einkommensgrenze immerhin für diese Familie bei bis zu 4.790 Euro brutto im Monat. Zahlt die gleiche Familie hingegen nur 690 Euro warm im Monat, weil sie vielleicht einen sehr günstigen alten Mietvertrag haben, dann läge die Grenze bei nur 4.430 Euro. Zahlt sie hingegen mehr für Wohnkosten, was ja viele Familien betrifft in Deutschland, so kann selbst ein Anspruch auf einen Teil des Kinderzuschlags 2024 bestehen, wenn das Familienbruttoeinkommen bei bis zu 5.000 Euro oder knapp darüber liegt. Gleiches gilt, wenn die Familie sogar drei Kinder bei gleicher Miete von rund 1.000 Euro warm hat, dann läge die Bruttoeinkommensgrenze bei bis zu 5.700 Euro im Monat, wenn beide Elternteile Einkünfte erzielen. Aber auch Alleinerziehende können einen Anspruch haben, dazu auch zwei Beispielfälle. Einmal mit einem Kind und monatlichen Wohnkosten von beispielsweise 490 Euro warm. Dann wäre diese Alleinerziehende Person bis zu einem Bruttoeinkommen von monatlich 3.040 Euro höchstwahrscheinlich berechtigt für den Zuschlag. Bei zwei Kindern und Wohnkosten von 790 Euro hingegen werden 4.390 Euro brutto als Grenze genannt. Also wirklich deutlich höher, als man allgemein hin annehmen würde. Noch ein wichtiger Hinweis. Wenn nur einer der beiden Eltern arbeiten gehen würde, dann sind die Einkommensgrenzen aus unseren Beispielen und auch in der Praxis deutlich niedriger. Bei der Familie mit zwei Kindern lege sie dann beispielsweise bei nur noch 1.690 Euro brutto, weil dann einfach auch ein Anspruch auf anderweitige staatliche Leistungen bestehen würde und diese Leistungen Vorrang haben. Ab welcher Summe wird außerdem Vermögen angerechnet? Die Vermögensgrenzen liegen beim Kinderzuschlag recht hoch im Vergleich zu anderen Bereichen. So wird dieses bei zwei Personen, also einer alleinerziehenden Person plus einem Kind, erst ab einem Betrag von 55.000 Euro berücksichtigt. Dieser Wert erhöht sich außerdem mit jeder weiteren Person im Haushalt um nochmal 15.000 Euro. Es ist dabei übrigens egal, ob sich die Vermögenswerte im In- oder Ausland befinden, beides zählt. Ausdrücklich nicht zum Vermögen zählen hingegen aber eine selbstgenutzte Immobile, egal ob Haus- oder Eigentumswohnung, von angemessener Größe, dann angemessener Hausrat und ein angemessenes Auto oder Motorrad für jede erwerbsfähige Person im Haushalt. Wie kann man seinen Anspruch prüfen? Die Bürokratie in Deutschland kennt man ja, insbesondere wenn es um Förderung und Hilfen geht. Aber in diesem Fall ist der erste Schritt wirklich einfach und jeder sollte diesen ausprobieren, der halbwegs in der Nähe oder unter den genannten Einkommensgrenzen liegt. Dazu suchst du einfach nach dem KIZ-Lotsen, den wir dir gern auch unten verlinken. Dort kannst du unverbindlich mit wenigen Angaben deinen Anspruch prüfen lassen und erhältst direkt eine erste Einschätzung. Die Höhe des möglichen Kinderzuschlags für dich wird hierbei zwar noch nicht berechnet, aber es gibt eine Richtung vor, ob sich ein Antrag lohnen kann. Denn auf der gleichen Seite kann man dann nämlich auch einen Online-Antrag im nächsten Schritt stellen, wenn man denn möchte. Sollte die Leistung genehmigt werden, gilt diese in der Regel für sechs Monate und muss dann erneut beantragt werden. Wenn sich natürlich zwischenzeitlich an den persönlichen und Einkommensverhältnissen etwas ändert, muss man dies dennoch mitteilen. Prüfen sollte man seinen Anspruch also unbedingt. Wir hoffen, möglichst viele von euch haben einen Anspruch und dieses Video hat dabei geholfen. Wer mehr nützliche Finanztipps bekommen möchte, der abonniert am besten gleich unseren Kanal und lässt dem Video auch einen Daumen nach oben da, als kleine, aber für mich so wichtige Unterstützung. Und wer will, teilt am besten auch das Video, denn wer weiß, vielleicht gibt es in deinem Umfeld jemanden, der genau Anspruch auf dieses Geld hat. Es wäre doch schön, wenn er das durch dich erfährt. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Dein Finanznerd Simon